Jetzt passen Sie auf. Welches Bröckl sich da in die Bahn schleudert. Als ich Greta Sebald aus Griechenland das erste Mal beim Training gesehen habe, wusste ich, diese Dame braucht keine Bleiplatten. 80 Kilo hat sie angegeben. Schaut ein bisschen mehr aus. Rückstand wächst. Speck wackelt. Oh weh, oh weh. Gut gebollst. Oh, da ist der Sturz da.